In diesem Beitrag geht es um die Frage, wie man Leckage in einem Diesel-System finden kann. In der Praxis kann man hier mit Kontrastmittel arbeiten. Hier zu sehen die Variante, die bei Mercedes-Benz zum Einsatz kommt. Das Kontrastmittelspray ist eigens dafür hergestellt worden, um Öl- und Kraftstoffleckagen durch Verfärbungseffekte sichtbar zu machen. Man trägt das Mittel auf, wenn man die Leckage mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Das Kontrastspray wird großflächig auf die vermutete Leckage gesprüht. Es legt sich eine weiße Pulverbeschichtung auf dem Bauteil ab. Wenn Öl oder Kraftstoff austritt, reagiert das Pulver im Kontrastmittel mit den Betriebsstoffen und verfärbt sich gelb. Dadurch können die Wege, die die Betriebsstoffe genommen haben, nachvollzogen werden. So können auch kleinste Leckagen erkannt werden. Damit das Kontrastmittel aufgetragen werden kann, muss das Bauteil trocken und von Verschmutzungen sowie von Betriebsstoffen befreit sein. Zur Anwendung kam das Mittel im folgenden bei einer dieselbetriebenen E-Klasse mit Kaltstartschwierigkeiten. Nach einer Prüfung der Batterie und des Starters vermuteten wir einen Fehler in der Kraftstoffversorgung. Aufgrund von leichten Kraftstoffresten an der Hochdruckpumpe haben wir diese mit dem Kontrastmittel eingesprüht. Nach dem Einsprühen habe ich eine Probefahrt durchgeführt. Nach wieder Eintreffen in der Werkstatt habe ich nachgeschaut, ob sich das Kontrastmittel verfärbt hat. Wie man an der gelben Verfärbung erkennen kann, waren Undichtigkeiten vorhanden. Zunächst habe ich sämtliche Verschraubungen überprüft und nachgezogen. Ich wollte eine lose Schelle oder Verschraubung als Grund für die Undichtigkeiten und die Kraftstoffreste ausschließen. Die Schelle und Verschraubungen waren korrekt angezogen. Die Verbindungsstellen konnten als Fehlerursache ausgeschlossen werden. So blieb nur ein Fehler an der HD-Pumpe selber. Im Ergebnis musste die Pumpe ausgebaut und genauer überprüft werden. Wie sich nach dem Ausbau der Pumpe herausstellte, war lediglich eine Dichtung zerstört. Aufgrund der zerstörten Dichtung war die Undichtigkeit entstanden. Es gelangte Luft ins System, welche den Kraftstoff bei längeren Standzeiten verdrängte und so die Kaltstartschwierigkeiten hervorrief. Der Motor konnte im kalten Zustand erst gestartet werden, nachdem die HD-Pumpe wie in einem nicht abreißenden Kraftstofffluss hergestellt hatte und die Luft damit aus dem System gedrückt hat. Um den Fehler zu beheben, wurde die HD-Pumpe getauscht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017